So, raus. Was ich nicht weitergebracht habe, bin ich das nicht. So, Workplace-Solution, probieren wir mal da hochzukommen. Das Entwicklung geht nicht. Ich muss mal gucken, ob ich hier weiterkomme. Aber vorsichtig ist da eine drin. Ist alles zu und ich brauche so einen blöden Schneider. Theoretisch. Hier ist aber auch nirgends. Da ist eine Tür, die ist auch noch da. Ich finde nämlich hier was. Sport. Sonst können wir hier auch den Aufzug nichts drücken. Da geht gar nicht hier was drin. Nein. Hier geht aber nichts, ne? Eure System-Lobby. Da liegt einer rum. Ist auch nicht schön. Gute. Suchen wir mal. Was hat der? Sprengkapsel. Oh, Sprengkapsel hat er dabei. Er fährt alles auf. Und wir nehmen all das mit, was wir finden können. Die Streben können wir ja wegmachen. Und dann, ah, oder? Wir haben keine Waffe, nix. Wir haben nur das komische und den Schlüssel mit dem wir da alles machen können. Das ist doch da, wo wir die ganze Zeit hier rumgeeiert sind, oder? Gut, jetzt habe ich das auch gemacht. Das ist aber schön gut. Was habe ich davon jetzt gehabt? Nix. Geht's da hin? Transit, wohin? Geht's denn da hin? Wo sind das? Kam ich da aber nicht her? Ich meine doch, ich kam da her, oder? Geht's nirgends hin? Unser Menschen- und Synthetenteam stammt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sebastopol-Transitsystems. Wo? Ja. Ah, Skimt Tower, Destination, wo geht das denn? Service, äh, wo gehen kann ich? Da steht's doch. Engineer und Dexter, wo kam ich doch her, oder? Solomons Habit... Wo kam ich denn jetzt her? Hier, oder da? Das bist du, ich glaube, da kam ich her. Dann können wir doch hier nochmal irgendwo hinfahren. Weil sonst, äh, können wir hier gar nirgends machen. Fahren wir nochmal hin. Warten wir, bis kommt. Im Moment ist hier echt nirgends los. Du kannst nirgends machen. Winnt auch nirgends. doch dann auf der kamera noch gucken wir mal ob das die richtige ist keine ahnung wenn ich auch wissen wo wir hergekommen sind fahren wir mal zum maschinenraum ich habe zwar keine ahnung ob das irgendeinen sinn hat aber keine ahnung das alien ist nicht die einzige bedrohung auf der station das stimmt allerdings gehen sie zu lorentz systemturm systemturm so rum wenn ich wüsste wo der lorentz systemturm ist, würde ich ja hingehen was ich jetzt glaube ich herkomme bitte lassen sie gepäck oder ausrüstung nicht unbeaufsichtigt da kam ich vor allem nicht her, reaktorkohlenplant rotation tower service offline warum fällt das ding immer wieder weg kann ich hier irgendwo speichern muss doch mal gucken ob wir hier weiter kommen oder alles zu hier geht nix, da kann ich nur noch wieder auf diese solomon's habitation tower fahren was das auch immer ist viel fehlt mir hier aber auch nicht ne schau doch bist du dürftig hier alles da ist nur die station da werde ich mal speichern wenn sie etwas an unserem transitdienst zu bemängeln haben, füllen sie bitte eines der zur verfügung gestellten formulare aus ja schon was zu bemängeln, ich komme nicht dahin wo ich hin will ich könnte ja auch mal auf die blöde Karte gehen sie zu ich bin jetzt da, da bin ich ja ganz falsch muss ich dann da hin, oder was? zurück und links, geht das denn überhaupt? ja, muss ich dann da wieder zurück, ok, alles klar ok, 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 wir sind also ganz falsch was war das denn? ich bin ja so schreckhaft, das ist das problem ich bin nur unheimlich schreckhaft, was ist das hier? ja, natürlich die Ionschneider benötigt, natürlich habe ich auch hier irgendwo rumliege, das ist kein problem ich habe ja nichts ich habe keinen Plan, nichts scheiß da entschuldige dich mal für die Verspätung, leg doch mal was hin, was ich gebrauchen kann, das wäre doch mal super, oder? ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, irgendein Maschinenraumreaktor ob ich hier wirklich richtig bin, beim Reaktor bin ich mir nicht so sicher ob ich hier wirklich richtig bin, beim Reaktor bin ich mir nicht so sicher das hört sich hier so komisch an das hört sich hier so komisch an das Reaktor kann ich hier irgendwas tun? kann ich hier irgendein Knüppsch drücken oder so? ne ne? hier ist nur der Reaktor da drücken kann ich hier nix, das ist nur so Hauptreaktor Station irgendwie, ne? anstatt von nix ist ja ganz toll Transit Station da geht es da hin ist wohl die Energieversorgung jetzt sehe ich hier aber hat für mich überhaupt keine Ausgürfung wenn ich jetzt hier bin oder nicht ist ja toll, dass ich jetzt ums Zotts hier rumgelatscht bin ja super also gehen wir jetzt einfach mal zurück da und gucken mal wo wir da hin müssen ich muss öfter die Karte gucken gibt es hier nix weil wir haben hier gar nix gefunden nix gefunden was war der für gewackel? da ist doch ein typischen, da gehe ich ja nochmal rein da schwinde mir denn hier was? hallo? wir finden auf alle Fälle schon mal eine Karte das ist schon mal sehr gut da gehen wir mal zu dann suchen wir hier ein bisschen was und da finden wir Schrott und Bindemittel da finden wir Komponenten und da geht die Tür auf, ist ja toll können wir hier auch noch irgendwie suchen oder so? nö das ist wieder so ein Joystick was macht ihr denn hier? den ganzen Tag hockt ihr hier rum und guckt auf den blöden Monitor oder was? da drin auch nochmal Bindemittel also Bindemittel habe ich ja jetzt genug hier da kann ich ja Handel mit aufmachen aber ich kann jetzt was ist denn das hier? das Batterien oder was? ich kann nur ein Medicaid machen das ist auch blöd ne? ich habe noch keinen anderen Plan gefunden das ist halt ein bisschen blöd naja Kippenmehl jetzt gehen wir nochmal zurück fahr nochmal da auf diese komische Station hast du das gehört? beeindruckt wir haben besucht wer schwindet von hier ich warne dich nun können es vernünftig sein sie sind in der Unterzahl letzte Sorge ich habe schon jetzt mit der Ticker auf der woher denn jetzt? der wird Depper was mache ich denn jetzt? ich schieße doch mit mich oder? was mache ich denn jetzt? ich schieße doch mit mich oder? super dass ich tot bin jetzt toll wie nett ich bin schon zuerst mal gestorben das wäre schon mal sehr gut also die Leute tun mich auch umbringen das ist ja total toll äh das gehen wir erstmal hier rein fahr nochmal zurück aber ich glaube das werden wir dann alles in der nächsten Folge sehen von Alien im Moment ist es ja noch nicht so aufregend aber das entwickelt sich schon alles wie das aussieht ob der da hallo da kommen wir mal die Koffer weg die brauche ja krass sauter noch einen Moment warten und wenn ich dann die Maschine eingesteigen dann geht es ja noch nicht so aufregend dann geht es ja noch nicht so aufregend ich bin ja noch nicht so aufregend und ich bin ja auch noch nicht so aufregend In Lorentzys, SICK TEJ-TORM Siehst du die in der Hucke bewegen ist leise jedoch auch langsam Da haben wir noch nicht weiß, den Kacker Das fand ich jetzt schon ein bisschen übertrieben hier. Hast nichts gemacht und bist trotzdem gleich gestorben. Das ist ja unheimlich nett. Wo muss ich hin? Bin ich ja da. Gemini Exoplanet Solutions. Das ist 6Com Communication. Habe ich doch jetzt schon gefunden oder? Finden Sie den auf zur 6Com Communication. Ja. Transit zur Maschinenplattform. Transit zu Silvesterpool auch. Das ist so. Skimentturm. Wo muss ich jetzt hin? Ist jetzt irgendwo anders dahin. Na ja gut. Ich werde jetzt hier mal speichern. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen von Alien Isolation. Und ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Nächstes Mal kann ich auch verraten. Der wird schon etwas gruseliger. Hehe. Tschüss.